Auch nach über 40 Jahren, Depeche Mode bringen mit ordentlich Sex-Appial tausende Fans zum Schwitzen. Hamburg, was für eine Show! Im Rahmen ihrer Memento Moritur statteten Depeche Mode am Samstagabend auch Hamburg einen Besuch ab und brachten die Barclays Arena zum Beben. Hardcore Fans sollen sogar eine Nacht vor der restlos ausverkauften Arena geschlafen haben, um sich ja noch einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Die Erwartungen waren groß, das was Dave Gahan, 61, und Martin Gore, 62, wie auch Peter Gordeno, 59, am Keyboard und Christian Aigner, 52, an den Drums, beeindruckend, ablieferten, war einfach nur enorm. Rund zwei Stunden lang heizten Depeche Mode am Samstagabend ihre Fans ein, die es schon nicht mehr auf den Plätzen hielt, als die Legenden die Bühne betraten. Hingesetzt hat sich anschließend wohl niemand mehr. Es hätte einen auch nicht gewundert, wenn dank der feiernden Masse gar der Schweiß von der Decke getropft wäre. Eines war es nämlich, ordentlich warm. Vermutlich nicht nur deshalb entledigte sich Sänger Dave Gahan am Abend nach und nach seiner Kleidung. Erst das Glitzersakko, anschließend auch noch das weiße Hemd, das er unter seiner Weste trug. Letztere blieb allerdings bis zum Schluss an. Zwei Stunden Fetzte gehen über die Bühne. Was neben einem musikalischen Durchmarsch durch rund 40 Jahre Bandgeschichte in Erinnerung bleiben dürfte. Der Sex-Appeal, den der 61-Jährige, wie all die Jahre zuvor schon, auch am Samstag versprühte. Er stolzierte, posierte, tanzte, schwenkte seine Hüften, streckte dem Publikum sein Gesäß entgegen, drehte sich mit ausgestreckten Armen wie ein junger Wirbelwind im Kreis. Natürlich dürfte auch die ein oder andere obszön anmutende Einlage mit dem Mikrofonständer nicht fehlen. Das war's.